So, da bin ich wieder, jetzt wieder alleine. Wir haben nämlich jetzt 10 vor 1, also 0 Uhr 50. Gut, inzwischen dem 29. Erster, wenn es gerade vorbei. Und wir fangen jetzt einfach an. Ich nehme mein Messer mit, meine Schalldämpferpistole und natürlich mein Betäubungsmittel. Und dann legen wir mal los. Hier sind wir auch schon die Lösung. Ha! So. Verdammt! Fängt ja schon gut an. Ja, was ist unser Auftrag? Wir müssen den Typen, den Junio da eben töten, den wir da im letzten Video am Ende gesehen haben. Ach, leck mich doch. Wieso seht ihr mich denn? Soll'n der Dreck. So. 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 So, der geht wieder rein. Dann müssten die jetzt gleich umdrehen. Fuck. Fuck! Mann! Ne, schade. Ja, knallt euch selbst gegenseitig ab. Ja! Ich muss auf jeden Fall hinten in die Garage rein. Das heißt, dieses Stück hier muss ich überbrücken. Hm. So, der geht jetzt zurück. Der dreht um, der dreht auch um. Tö, 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 tö. Boah! So, das hätten wir. So, hier kommt jetzt gleich einer rein. So, leg dich schlafen, Junge. So, die Kleidung und Verkleidung bringt uns aber nicht wirklich viel, wenn ich mich nach recht entsinne. So, hier lang mussten wir. Äh, wie muss ich denn gehen? Hier rum. folks, wir schauen. Tö, 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 tö... ... 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